Das sind alles Marienkäfer. Ja, kein Scherz. Wie das möglich ist, klären wir in diesem Video. Willkommen zu Wirbellose Kennerleine mit Verinsekt. Okay, okay, offensichtlich schauen nicht alle diese Organismen aus wie ein Marienkäfer. Aber sie werden mal einer. Denn das sind Marienkäfer-Eier, das eine Marienkäfer-Larve und das eine Marienkäfer-Puppe, aus welcher dann ein fertiger Marienkäfer schlüpft. Marienkäfer durchlaufen nämlich, wie eigentlich alle Insekten, eine Metamorphose. In dem Fall sogar eine vollständige Metamorphose mit den Entwicklungsstadien Ei, Larve, Puppe und Imago. Für mehr Wissen gerne folgen.